Jo Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Anklart-Kanal. Wir spielen heute schön eine Solo-Runde mit der M4. Ich hab tatsächlich keine eigene Klasse gebaut, sondern diese Singularität mit einer anderen Tarnung noch drauf gespielt, weil die einfach perfekt so ist, wie sie ist und keinen Rückschluss hat, warum auch immer. Wenn ihr die habt, spielt ihr einfach, ansonsten packt euch hier auch die Visiere und Aufsätze drauf, aber ich kann euch die Tunings, glaube ich, nicht zeigen, weil sonst werden die entfernt. Deswegen jetzt einfach nur ganz viel Spaß mit der Runde, beziehungsweise es sind so fast zwei Runden, die letzte war auf jeden Fall super, super geil und schaut da gerne bis zum Ende. Danke für den ganzen Support hier auf dem Kanal, lasst natürlich auch gerne mal ein Abo da, klickt mal rein auf das Abonnieren, dass es grau wird, würde mich sehr, sehr supporten und macht euch einen schönen Tag. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay, let's go! Laten wir einfach hier Kirche kurz. Gleichzeitig zählt es halt zu Partner Plus auch nicht dazu. Wie perfekt ist das jetzt gerade gelaufen? Einfach direkt Loadout. So, M4-Test. Ja, hat komplett veraimt, schade. Bin hier auch nicht eingespielt, ne? Aber trotzdem. Mal eine Runde hoch für den Überblick. Jens, was geht? Hi. Und? Jens, was geht? Hi. Einfach beide nacheinander die Nachricht geschrieben, ich fasse nicht. Beide hier entspannt vereint. Schönen guten Morgen. Wait. Ist das bodenlos? Haha, was? Warum? Nein! Die Psi-Locke. Ist das frech? Na ja, ich hab ja die Burst dabei. Komplett vergessen einfach. Feuer, Shotgun! Ich brenne! Hör auf jetzt! So frech einfach, so frech. Am liebsten würde ich den jetzt wegcampen hier. Abschutz bestätigt. Wir haben den Rest geortet. Mb. gönnt die erste Runde auch. Mal gucken. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wart mal kurz. Ha? Hey, M4 schon frecher Schaden, ne? Also haut schon ordentlich rein. Den haben wir. Er spielt auch M4. Schneller. Ah, oben. Oben. Ist jetzt die Frage. Gehe ich da nochmal ran wegen meinen Waffen? Da draußen chillt einer. Vielleicht komme ich ja hier hin. Yes. Danach. Eingemischt. Wahnsinn. Ist das wieder der gleiche? Na, was macht der andere da oben? Der eine chillt die ganze Zeit hier oben drin. Irgendwo chillen die doch hier noch. Ah, ich will eigentlich mit M4 Kills machen, ne? Erstmal kurz in die Zone. Ah, guck mal. Ja, das war ja gar nichts. Er muss aber nachladen. Und da ist noch einer. Das ist mir noch ein bisschen zu durcheinander hier die erste Runde. Als ob er nicht kommt. Warte kurz. Du kannst halt hier gefühlt gar keine AR-Kills machen, weil die Gegner halt alle irgendwie... Viel zu krass. In den Häusern chillen die ganze Zeit. Er auch wieder. Ich glaube, ich muss auf normale M4 5 wieder wechseln. Dieses Trigger nervt mich gerade. Heute ist nicht der Trigger-Tag, glaube ich. Aha. Dieser Nebel. Dieser Nebel! Oh nein, ich habe keine Sondes. Dings. Alles gut. Wir sind da. Ich kippe mal noch eine goldene. Self. Noch eine Drohne. So. An. Und dann holen wir uns mal ein paar M4-Kills jetzt. Kämpft der oder ist er afkar? Mal sehen. Wir schauen mal rein. Oh, der Arme. Ah, M4 fühlt sich schon gut an. Wenn die Gegner Bock haben. Dann chillt hier oben. Ignorieren wir mal. Guck mal, sobald es auf Range geht. Übel geil. Er ist ganz oben. Er soll mal runterkommen. Er soll mal runterkommen. Wohin, ich ziehe kurz durch. Das war eine gute Entscheidung. Machen. Angriff jetzt. Sehr wilde Runde, sage ich euch. Sehr wilde Runde. Da passiert noch einiges. Da hüpft was rum. Im Rauch, im Nebel. Da flog einer. Höre ich ihn? Ich habe keinen Bock, dass er jetzt da im Busch liegt, ne? Ich schaue mal kurz. Der liegt hier im Busch, oder? Was ne Runde, Mann. Also, M4 an sich schon gut, ja? Bin nur noch nicht so drin. Da rennt einer. Da rennt einer. Na? Ich mache hier wirklich auf, vorsichtig. So, jetzt kurz Angst gemacht. Geht doch. Einfach believen. Ey, ich muss nur noch ein bisschen mehr sitzen jetzt. Ey, 10 Dollar fehlen mir für eine Drohne. Das ist ja schon ärgerlich gerade eigentlich, ne? Gammelt hier noch einer? Oh. Ja, nehm mal mit. Nehm mit. Ich habe kein Geld bekommen, ne? Das ist jetzt echt ärgerlich. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Was ging bei ihm? Habe ich schon? Okay, jetzt komm. Jetzt kann man nochmal schnell eine Drohne holen. Es wäre schon drin. Mach die an. So. Kurz gucken. Wir spielen das hier jetzt taktisch runter. Ein einziger nur in der Zone. Aber halt im Wasser. Da auch einer. Den nehmen wir mit. Ah, Wasted Blitzschlag. Guckt euch die M4 an. Hä? Knock? Wen habe ich da jetzt knocked? Was ist passiert? Ich habe doch alles getroffen. Ah, so wasted die Runde. Er hat auch so die Steps gehört. Geisteskrank. Ich sage euch mit normaler MP5 hätte ich den Easy gehabt. Zack rein. Jetzt bin ich auch relativ warm gespielt schon mal. Hat sich gerade noch ganz komisch angefühlt. Ist immer so mit Controller am Anfang. Wie geil war das jetzt bitte? Der nächste Gehner kommt gleich und haut mir mit einer MP ums Ohr. Auf die Ohren. So, zack. Nein. Ah. Ach man. Ich wollte auch das Geld noch mitnehmen. Wasted. So. Jetzt auch Konzentrationsrunde, ne? Ich wollte gerade sagen, ich höre doch Steps. Heimisch. Ah, guck mal wer da snipet. Nicky Minaj Skin. Oh. Ja. Let's go. Zwei hier drin. Dann musst du mir halt mit der MP5 holen. Bin natürlich auch gut reingegeeakt, ne? Wichtig. Irgendwo war jetzt hier noch einer. Machen wir mal kurz hier hin. Machen wir mal entspannt. Ich schätze, ich mache den Turm nochmal an und zoome mir dann wieder anders. Die ganzen Hauscamper, die... Die sind quatschig. Da, die ohne Hai. Ich finde die Map... Ne, zu groß ist die nicht. Aber halt in Solos, die Leute verstecken sich einfach. Guck mal, es sind... Zwei immer noch hier am rumgammeln. So, den holen wir uns aber jetzt, oder? Der haut ab. Der will nicht. Der möchte einfach nur, dass er an ihm Hallo sagt. Nein! Er fällt. Sieht mir wieder ähnlich. Klatscher gleich. Ich... Oh. Mann. Das ist noch ein bisschen komplizierter. So. Mal hin da. Oh, ähm, oh. Gut, dass er nur einen Revolver hat. Wann mal kurz. Nein, ich muss hin. Oh, nee. Der ist durchgezogen. Aber hier war auch noch einer. Ja, das ist, was ich will. Jetzt hier auch mal ein bisschen... Alles kaputt? Die Open-Range-Gun-Files. Holy, was geht jetzt ab? Auch mal mitnehmen. Da ist der nächste. Das ist es. Stopp. Da ist der nächste. Halt. Er hat gerade fast den Fallschirm nicht gezogen, ne? Angst. Große Angst. Jetzt die Frage. Darf ich hoch, ohne dass ich sterbe? Weil da war noch einer. Oh, yes. Oh, ist hier bei seinem Blut gelandet? Wieder Außerstehung endet. Mach was draus. Hey. Warum wir die Platten jetzt rein? Das geht manchmal echt zu langsam, komischerweise. Wo ist der Kollege jetzt, der die ganze Zeit genervt hat? Feindliche Kontadrohne hinterruft. Drohne wäre halt auch sehr geil gerade. Komm, die Runde kann noch was werden. Da ist ein... Er zieht nicht. Unter mir ist was. Über mir ist was. Die Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Den Ragekill nehm ich mit. Wenn ich ihn irgendwie finde. Ist der unten drin? Und einer hier bei mir. Ach, du Heilige. Die Leute haben Bock. Was war das für ein Geräusch? Ist hier ein Geisttyp? Drohne kreist über Einsatzgebiet. Wiederauberstehung beendet. Keine zweiten Chancen mehr. Komischen Sound gehört gerade. Wo ist er hier? Er muss hier unten stehen. Nicht alles getroffen, aber... Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Auf den Himmel achten. Er war hier nicht gerade was. Ist ja alles daran. Da oben ist einer. Der muss da gleich weg. Oh, er ist schon da. Ich fass es nicht. Ist das geil. Schön, dass Haskell blieben war. Weitermachen. Gibt es hier noch irgendeinen Job eigentlich? Kein Treffer. Kein Treffer, kein Treffer. Ganz kurz mal. Oh. Das ist krass jetzt. Ohne Drohne, ohne alles. Ohne Bombendrohne. Jetzt wird es nochmal vercampt, glaube ich. Oh, hier hasse ich ja, ne? Den Ort hier hasse ich ja komplett. Überall könnte einer sitzen und campen. Warum packt der mir? Ach, egal. So reicht. Ich will das jetzt zu Ende. Irgendwie zu Ende bringen. Ah, das sind... Oh, Gottes Willen. Letzter. Wo wird sich versteckt? Ah. Let's go. Es ist geschafft. Und ich wollte unbedingt den M4-Kill zum Win mitnehmen. Ey, so Glück gehabt. Ich habe gerade draußen im Wasser die Fische gesehen. Ich dachte mir, wo? Man, da kommt ein Gegner. Und da war er einfach unter mir. Let's go. Ich fasse es nicht. Da ist der schöne Solo-Win mit M4 und der normalen MP5. Kracht halt auch ordentlich rein, ne? Super geile Solo-Klasse. Das ist schon geil. Danke fürs zu Ende schauen, Leute. Hat mich gefreut. Lasst gerne auch auf dem Ankei-Kanal gerne, gerne ein Abo da. Wird mich sehr, sehr supporten. Danke für den ganzen Support auf dem Kanal hier auch. Richtig, richtig krass. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.